Man sieht es unten, grafischer eingeblendet und Marie-Norance Jungfleisch macht sich dann auch bereit für ihren Versuch. Also wenn sie in sich geht, und das wird sie machen, nochmal den Versuch durchgehen, dann wird das am Ende positiv enden. 1,92, bisher blitzsaubere Serie für sie, für die Frau Stuttgart, die ja Kindergärtnerin ist, hat ja diese Ausbildung abgeschlossen. Am OSP in Stuttgart, also Olympia-Stützpunkt trainiert, konnte Thomas Kiss, der sie geformt hat. Am Ablauf noch ein bisschen fallen, aber dann sollte es zumindest einen zweiten Versuch. Mit dem Hintern die Latte touchiert, aber die Höhe an sich drin, man hat ja auch Messungen mal gemacht.